Ja, meine Lieben, das ist eine Ansage. Ich hasse Ansagen, Digga. Das ist auf jeden Fall ein Diss gegen Bücher. Ich habe Bücher immer gehasst. Trotz all dem habe ich zwei Seiten in einem Buch geschrieben. Das ist mein Berichtsheft, mein Ausbildungsnachweis aus dem Neuköllner motherfucking Ghetto. Schöne Grüße an meine Jungs. Ich muss sagen, da sind schon krasse Dinger dabei. Diese ganzen nackten Weiber, Digga, das ist auf jeden Fall nicht jugendfrei. Das Buch könnte man echt bei Beate Huse verkaufen. Auf jeden Fall bei Beate Huse, Alter. Oder bei Beate Huse, würde ich sagen. Feiern mit den Bayern. Hier mit Müller, mit Ribéry. So coole Jungs, Cello und Abdi. Weißler habe ich hier kennengelernt. Lustiger Typ. Die haben auf jeden Fall auch eine Seite drin. Hier, Jalabai, leck mein Ei. Warum nicht? M-O-R. Auch nochmal ein Ding drin. Savas hat auch mit reingeschrieben. Die Homo-Ehe auf Saint-Tropez. Schwester Eva. Obamas Familie. Keine Ahnung. Wer ist das eigentlich, Digga? Ist das Method Man, Alter? Also ihm kaufe ich das ab auf jeden Fall. Der macht echt krass Party. Typisch Marten, Alter. Der macht auch viel Party. Ah, hier sieht man Gregor irgendwie. In seinem Vorgarten da, wo er herkommt. Der Eingang irgendwie von der Villa. Hier sein, sein Sicherheitspersonal. Ich glaube, wenn ich in Knoss gehe, nehme ich mir dieses Buch auch nochmal mit. Um einfach mal auch das alles wie will passieren zu lassen, was ich auch mit den Jungs so erlebt habe. Rest in Peace, Michael Jackson, Alter. Peace, love and harmony. Neukölln, 1440. Les, grüßen. Neukölln, 1440. Les, grüßen.